Hallo zusammen. Das Ziel dieses Kanals ist ja, technisches Interesse zu wecken und zu eigenen Versuchen und Experimenten anzuregen. Allerdings mit etwas Sachverstand und deshalb gibt es ja auch viele Grundlagenvideos. Und wir werden heute etwas herumspielen und versuchen, das Wissen anzuwenden. Wir werden zwar nichts Neues erfinden, ich will aber zeigen, dass man mit etwas Nachdenken auch selbst darauf hätte kommen können. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Heute wollen wir uns mal überlegen, wie wir Frequenzen verdoppeln können. Und zwar auf ganz herkömmliche, analoge Art und Weise. Frequenzen zu halbieren scheint auf den ersten Blick wesentlich einfacher zu sein. Man braucht einfach nur jede zweite Schwingung mitzumachen. Das kennen wir von den Zähler- und Teilerschaltkreisen. Wie fügt man aber eine zusätzliche Schwingung so ein, dass genau die doppelte Frequenz dabei herauskommt? Wir werden uns drei grundsätzliche Möglichkeiten ansehen. Die erste Überlegung führt uns zu einem Thema, was auf den ersten Blick weit hergeholt erscheint, nämlich die Stromversorgung. Nach einer 2-Weg-Gleichrichtung einer Wechselspannung hat sich die Zahl der Wellenberge verdoppelt. Es ist zwar keine saubere Sinusschwingung, aber die Frequenz ist jetzt doppelt so hoch. Wer da noch Zweifel hat, kann ja mal reinhören. Vor der Gleichrichtung 50 Hertz. Nach der Gleichrichtung 100 Hertz. Das funktioniert prinzipiell auch mit anderen Frequenzen. Aus den 245 Kilohertz werden nach der Grätzbrücke 490 Kilohertz. Aufgrund der nicht sauberen Sinusschwingung gibt es allerdings auch zusätzliche Frequenzanteile, also Oberwellen. Mit einem Schwingkreis am Ende kann man die weitestgehend herausfiltern. Also eine recht einfache Möglichkeit, einen passiv arbeitenden Frequenzverdoppler zu bauen. Dabei ist jetzt ein Stichwort gefallen, das uns die nächste Möglichkeit eröffnet, nämlich Oberwellen. Bei jeder Abweichung von der Sinusform entstehen ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz. Was also, wenn wir ein Sinussignal absichtlich verzerren? Dazu geben wir das Signal auf einen Klasse C-Verstärker, der ja äußerst nicht linear ist. Am Ausgang sollten also jede Menge Oberwellen erscheinen. Und darunter auch die doppelte Frequenz. Auf den Eingang geben wir wieder einen 245 Kilohertz Sinus. Die gelbe Kurve zeigt das Ergebnis am Ausgang. Im Frequenzspektrum sehen wir zum einen natürlich die Grundfrequenz, aber auch einen starken Ausschlag bei 490 Kilohertz. Und jetzt versuchen wir, wie beim letzten Versuch, die ungewollten Oberwellen mit einem Schwingkreis auf 490 Kilohertz auszufiltern. Ganz sauber ist das Ergebnis nicht. Offenbar liegt da immer noch etwas von der Grundfrequenz darunter. Mit einem besseren Filter am Ausgang würden wir auch das Ergebnis verbessern können. Ganz unbekannt ist uns dieses Prinzip ja nicht. Im Video zur Amplitudenmodulation haben wir schon ausgenutzt, dass bei der Verzerrung von Träger- und Modulationsfrequenz an einer nicht-linearen Kennlinie immer auch Mischprodukte entstehen. Produkt hat was mit Malnehmen zu tun. Im AM-Video hat man ja festgestellt, dass ein Amplitudenmodelliertes Signal entsteht, wenn man zwei Frequenzen multipliziert. Dabei entsteht eine Differenz und eine Summenfrequenz. Wie wäre es denn, wenn wir eine Frequenz mit sich selbst multiplizieren, also quadrieren? Die Differenz ist 0 und als Summe sollte genau die doppelte Frequenz entstehen. Besonders einfach lässt sich das mit einer passenden integrierten Lösung umsetzen, wie den AD633. Der enthält alles, was nötig ist. Die einzige Außenbeschaltung besteht aus zwei Kondensatoren, die mit der Funktion an sich nichts zu tun haben. Sondern nur die Versorgungsspannung direkt am Schaltkreis nochmal abpuffern. Und er macht genau das, was wir erwartet haben. Die Eingangsfrequenz verdoppeln. Solche 4 Quadranten-Multiplizierer sind allerdings etwas preisintensiv. Und der AD633 ist nur für Frequenzen bis etwa 1 MHz geeignet. Günstiger lässt sich das auch mit einem Modulator-Schaltkreis wie dem MC1496 realisieren. Man braucht nur etwas mehr Hühnerfutter um den Schaltkreis herum. Dafür geht er auch für höhere Frequenzen. Das waren jetzt nur drei Beispiele von Frequenzverdoppeln, bei denen im Prinzip nur das zum Einsatz kam, was wir schon aus früheren Videos kennen. Man sollte bestimmte Techniken nicht immer nur auf eine bestimmte Anwendung bezogen betrachten, sondern etwas über den Tellerrand hinausdenken. So findet man vielleicht neue ungewöhnliche Lösungen für ein Problem. Also probiert bestimmte Dinge einfach mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren. Bis demnächst.